Was haben ein Selbstmörder und ein Politiker gemeinsam? Hinterher wissen beide von nichts. Wir sehen uns gleich. Hallo, hey meine Freunde, ich begrüße euch zur neuen Ausgabe der News. Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt und los geht's. Ziemlich tief in die Scheiße gefasst hat der 91-jährige Australier Victor Thors. Denn der wurde aus unerklärlichen Gründen zum ältesten Drogendealer der Welt. Der Mann hatte in Indien Urlaub gemacht und war auf dem Heimweg vom Zoll in Sydney aufgegriffen worden. Bei der routinemäßigen Untersuchung seines Koffers wurden die Beamten auf 27 Päckchen aufmerksam, die als Seife deklariert waren. In diesen 27 Päckchen fand sich aber leider keine Seife, sondern umgerechnet 4,5 Kilo Koks. Die Polizei geht davon aus, dass damit ein Schmuggler benutzt wurde. Aber der Unwissenheit nicht vor Strafe schützt, kann er sich jetzt auf eine lebenslange Haftstrafe einstellen. Wie seht ihr das? Ist die Strafe zu krass, falls ihr jetzt wirklich nichts davon wusstet? Oder seid ihr der Meinung, der muss bestraft werden? Der hat das gemacht und dafür sind Gesetze da. Würde mich sehr interessieren. Wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin da der Meinung, dass es ähnlich wie der Fall vom ehemaligen Aufseher vom Konzentrationslager aus Schwitz-Walter-Gröning. Wenn man was angestellt hat, muss man auch dafür bestraft werden. Egal wie alt man ist. Ach ja, die Minions. Man liebt sie, man heißt sie oder man möchte sie am liebsten völlig aus dem Leben ausschließen. Das ist jetzt erstmal vollkommen egal, aber dass sie ein Sicherheitsalarm auf einem Flughafen hat ist. Das geht wirklich zu weit. Lein Spaß beiseite, auf dem Flughafen in Dublin wurde letzte Woche Sicherheitsalarm ausgelöst, weil ein kleiner Junge seine Minion-Furz-Pistole mit an Bord nehmen wollte. Dazu muss man jetzt wissen, dass Spielzeugpistole mit auf der Liste der Gegenstände stehen, die nicht mit in ein Flugzeug genommen werden dürfen. Da sie auch unter Umständen für echte Waffen gehalten werden können. Aber wenn ihr jetzt hier dieses Bild seht, das erinnert doch eher an eine Tröte als an eine Waffe. Damit lässt sich doch keiner bedrohen. Na gut, Regen sind da, damit sie eingehalten werden. Der kleine Junge musste also mit seiner Familie und ohne sein alles geliebtes Spielzeug den Flieger besteigen. Die Sicherheitsbeamten ließen sich aber insoweit erweichen, dass sie dem Jungen versprachen, sein Spielzeug zu verwahren und es ihm nach seiner Rückkehr sofort wiederzugeben. Dazu würde mich eure Meinung wieder sehr interessieren. Ist das jetzt okay, dass sie ihm das Spielzeug weggenommen haben, weil Regen sind nun mal Regen? Oder ist das Verhalten doch ein wenig zu heftig und wir hätten es dem Jungen ruhig mitgeben können? Bleiben wir doch mal beim Thema Flughäfen und Flugzeuge. Letzte Woche wurde eine Maschine der AirBotek Airline in Oslo am Abflug geändert. Der Grund dafür ist, dass vier der fünf Besatzungsmitglieder den vorgeschriebenen Alkoholtest nicht bestanden haben. Darunter zum Beispiel der Pilot, der Co-Pilot und zwei Stewardess. Der Grenzwert bei der Alkoholkontrolle liegt bei 0,2 Promille. Also wissen wir jetzt alle, die lagen alle vier drüber. Ist jetzt zwar auch nicht so schwer, aber die haben einen Beruf zu machen, bei denen geht es um Menschenleben. Die können doch nicht vorher saufen und dann fliegen wollen. Das funktioniert nicht. Das ist wirklich so ein schöner Werbegag. Machen sie Partyurlaub bei uns. Der Party fängt schon im Flugzeug mit der Besatzung ein. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Die können doch nicht einfach am Tag vorher irgendwas trinken und wollen dann ihrer Arbeit nachgehen und wollen da ein paar hundert Leute durch die Gegend fliegen. Das klappt nicht und da finde ich es auch völlig richtig, dass da diese Alkoholkontrollen eingeführt werden und dass sie die vorher machen müssen. Meiner Meinung nach müsste der Wert sogar bei 0,0 Promille sein. In Texas stellte ein Richter einen jungen Mann letzte Woche für eine relativ merkwürdige Entscheidung. Der 19-jährige Justin Bundy stand wegen Körperverletzung vor Gericht, da er den Ex-Freund seiner jetzigen Freundin wohl täglich angegriffen haben soll und sollte daher auch für 15 Tage ins Gefängnis. Doch der Richter stellte ihm vor die Wahl, wenn er innerhalb von 30 Tagen seine Freundin heiraten würde, würde er am Gefängnis vorbeischauen. Der junge Mann entschied sich dann für die Hochzeit und bekam noch die zusätzliche Auflage, biebte Verse aufzuschreiben und sich in psychologische Behandlung zu begeben. Überhaupt nicht erfolgt davon war der Vater der Frau, denn der konnte überhaupt nicht verstehen, wie ein Richter zwei junge Menschen so sehr darauf drängen können, sofort zu heiraten. Die Frau dagegen nahm es sehr humorvoll auf. Sie sagte eigentlich nur, dass es wohl jetzt nicht die Hochzeit geben würde, die sie sich beide gewünscht hätten, wenn es weiter nichts ist. Zu einem der witzigsten Polizeieinsätze überhaupt ist es wahrscheinlich letzte Woche in der schönen Stadt Aachen in Nordrhein-Westfalen gekommen. Der Einsatz fing zwar überhaupt nicht witzig an, denn die Polizei wurde von verschiedenen Fußgängern alarmiert, dass auf einer Parkbank in der Innenstadt ein älterer Mann regungslos liegen würde. Die Polizei rückte also erst und pur zur gemeldeten Stelle. Als sie sich dann aber der Stelle näherten, merkten sie sehr, sehr schnell, dass der Mann zumindest leider die Teilfunktion von sich gab. Er schnarchte nämlich. Und das wohl laut dem Einsatzbericht relativ laut. Die Beamten sprachen dann den Mann an und er gab eigentlich nur zu Protokoll, dass seine Frau shoppen wäre und er sich in der Zeit ein wenig ausruhen wollte. Dabei muss ich mich jetzt fragen, es haben ein paar von Leuten geschafft, die Polizei anzurufen und das zu melden. Warum ist nicht mal einer überhaupt mal zu dieser Bank hingegangen und hat den Mann erst mal angesprochen? Aber gut, so hätten wir wenigstens irgendwas zu lachen, ey. Da wir gerade beim Thema kuriose Polizeieinsätze sind, bleiben wir gleich mal da. In Wolfsburg hatte die Polizei nämlich letzte Woche auch einen wunderbaren Einsatz, denn die mussten in der letzten Woche im wahrsten Sinne des Wortes einen Rollstuhlfahrer aus dem Verkehr ziehen. Witzig. Der Mann war ihnen aufgefallen, da er in seinem Rollstuhl mächtige Schlängelinien fuhr und zudem nicht mal allein in seinem Rollstuhl sah, sondern nach seinem Schoß einen Ballfahrer hatte. Als die Polizei es geschafft hatte, ihn dann anzuhalten, ergab eine Alkoholkontrolle einen Wert von 2,51 Promille. Geil sogar. Und da ein Elektrorollstuhl auch noch zulassungs- und versicherungspflichtig ist, erwartet der Mann auch nach einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Für uns zumindest. Und ich hoffe, für euch hat sich das Zusehen auch gelohnt. Und daher sehen wir uns jetzt nochmal auf der Endcard sofort wieder. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Ich danke euch vielmals für das Ansehen meines Videos. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen hoch sehr freuen. So schick unter mir wie immer der Button zum Abonnieren meines Kanals. Hier ein Video. Da unten noch ein anderes Video. In der Beschreibung wie immer die Links zu meiner Facebook-Seite und meinem Twitter-Account. Sowie alle Links zu den Themen der heutigen Sendung. Von daher wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche. Hau rein!